Jetzt ist der schon wieder so weit unten, ne? Also, warte mal, bitte. Ich hab die Stepper ausgemacht, für euer Verständnis. Und möchte ihn jetzt leveln. Und jetzt guck ich mal. Ich level ihn heute selber. Hallo, Eis, hallo. Was macht ihr denn, nur Blödsinn? Natürlich versteh ich das. Sehr gut, nee, nicht, dass es halt jetzt rüberkam. Sei halt kein Arschloch, Chris. Nein, nein, das hab ich nicht gemeint. Mir ist das wichtig, dass wir hier aufgeschlossen sind. Wir dürfen uns alle auf den Keks gehen, aber nicht wegen Banalitäten. Er ist warm übrigens. Ich mach jetzt aber auch. Kekfe. Sag doch, du veräppelst mich, ne? Ich mach jetzt mal ein paar Punkte. In der Hoffnung, dass ich gut leveln kann. Oh ja, Kekse. Ja, du bist. Wo sind die Kekse? Hallo. Ich muss leveln. Denkst du, ich mach das freiwillig? Denkst du, wirklich? Dankeschön. Ja, beeltert sind hier gerade auch sehr viele dagegen. Für den Drucker. Ich verstehe die Punkte, aber es ist halt trotzdem, ich mag es irgendwie. Nobody's Nightmare. Danke für acht Monate. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen Kekse backen. Ich kann euch mal ein Video verlinken. Das ist drei Zutaten. Nutella-Kekse. Das ich immer ganz gern gemacht habe, aber es ist halt nicht so gesund, ne? Das müsst ihr verstehen. Ja, hier schwimmt's zum Beispiel. Dann geh ich mal an die hintere, nahe, an die hintere Stelle. Ich mach mir erst mal kurz hier hinten. Falls ihr irgendwas rumpeln hört, das ist mein Staubsauger. Der fährt grad unten. Ich mach, du kennst die Kekse. Googelt doch einer mal schnell, wenn er Lust und Zeit hat, ja? Nutella, drei Zutaten Nutella-Kekse. Da findet ihr dann ein YouTube-Video von so einer. Erstes Blatt schon mal durch. Felix, wegen was denn? Wegen was denn? Hier schwimmt er natürlich wieder. Heißt aber, oh. Ich wollte grad das Bett nach da verschieben. Die haben echt gut geschmeckt, ja. Aber ich mein, dafür, dass drei Zutaten sind, fand ich die super gut. Falls jemand jetzt unbedingt Kekse will, dachte ich mir jetzt, ich... Ich sag euch das mal. Pudding, danke schön, dass du meine Nachricht bestimmt grad noch mal unterstreichst, dass im Prinzip egal ist, wie man hier schreibt. Sei du selbst. Und sei nett. Pudding, danke, dass du Chris in die Ausbildung holst. Welcher Monat ist denn das? Der dritte. Herzlich willkommen zurück. Mehl, Eier, Nutella war es, glaube ich. Genau, das war es. Und dann 20 Minuten, glaube ich, in den Ofen. Danke schön.